Was wenn ein winziger Spalt erst der Anfang des größten Ereignisses aller Zeiten wäre? Ich glaube nicht, dass du das warst. Wenn die Welt auseinanderbricht Starten die größten Helden der Geschichte ihr nächstes aufregendes Abenteuer. Meine Mama sagt immer, auch wenn es noch so düster aussieht, leuchtet hinter jeder Ecke ein Regenbogen. War das bevor sie dich verlassen hat? Ja, das stimmt. Hey, da ist ja wirklich ein Regenbogen hinter jeder Ecke. Echt jetzt? Diesen Sommer. Wir werden gerettet, wir werden gerettet. Wir kommen wieder nach Hause. Auf Gefichtsstation! Ergebt euch oder ihr bekommt meinen Zahn zu spüren. Na toll. Bis das Ende der Welt. Oma, greift meine Pfote. Auf keinen Fall, das ist mein erstes Partei der Tüten. Das will ich lieber nicht sehen. Nur die Spitze des Eisbergs. Wir alle werden das überleben. Na gut, die vielleicht nicht. Das sind die Sirenen, nicht hinhören! Sirenen? Ich liebe Faultiere, die nichts auf Körperpflege geben. Da bist du bei mir richtig, Baby. Wir haben Unwetter und Flutwellen überstanden. Was soll denn da noch kommen? Ich kehre auf jeden Fall zu meiner Familie zurück. Ach, du heilige Krabbe! Ice Age 4. Voll verschoben. Du bist echt ein Softie für einen Säbelzahntiger. Entschuldige mal, rein zufällig bin ich ein gnadenloser Killer. Diego Schnäuzelchen, ich hab dir noch eine Korallenkette gemacht. Ach, er verliert sie nämlich ständig. Hehehehe. Ja, bach, 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 bach.